Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part hier eine Burke eingerissen, ein paar Türme und eigentlich auch das Ding. Jedenfalls geht davon aus, dass es kaputt ist. Das wird mir halt noch nicht angezeigt. Und wir brauchen ein paar mehr Häuser, sehe ich gerade. So und ihr könnt jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht was ihr macht, bauen ein bisschen Holz ab. Warum nicht? So, mit Linien kommt er nicht mal allzu weit. Ihr sollt das Zelt in Ruhe lassen. So, jetzt sind wir aber weit genug weg, hoffe ich. So, wir brauchen ein paar mehr Handelskorken, damit wir immer schön Gold kriegen. Die Forschung, hatte ich gesehen, ist jetzt, glaube ich, soweit durch. Okay. Pferde sind noch in der Mache. Können sie halt Zugrück auch leisten. Dürfen halt nur nicht hier irgendwie hier links überrannt werden. Ich denke, das ist okay aktuell. Wieviel bringen die eigentlich? 21 Gold. Das ist nur eine Menge. Drei von denen hin und her gefahren, können wir fast eine extra Einheit leisten. So, brauche ich von dir noch ein paar. Ich würde sagen, am besten ja. So, nehme ich mal noch drei Laufen mit. Das Ding. Kann man schnell reparieren. Und falls irgendwas Schlimmes kommt, dann kann ich die da aufbauen. Die ganz gemütlich alles einreißen. Zumindest hier die Türme. Da ist noch Gold, ey. Gold ist gut. So, dann reiß ich mal ab. Brauche ich ja nicht reparieren oder irgendwas noch machen. Okay, dann müsste das passen. So, Team 1, Team 3. Die zwei sind dann meine Mönche später. Wie verhandelt der eigentlich? Kann ich das Sehmetien klicken? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, ein Mönch. Zweiter Mönch. Sobald der fertig ist. So, die weiteren Einheiten hiervon eigentlich auch egal. Ne, sehe ich nicht, wie viel Gold er geladen hat. Schade. Ja, ich habe schon gerückt, die ganzen Einheiten zu mir. Nehme ich gerne alle mit. So, Team 1. Dieser Team 2. Dann. Typ, typ, typ. Erstmal darüber. So, die haben zu tun. Dann noch Verteidigung. Wobei, hier kann ich einfach mal alle so vorrücken lassen. Hier müssen wir halt ein bisschen aufpassen, falls da noch ein paar Schiffe produziert. Wollte schon sagen. Ah, dann sind wir wieder doof. Okay. Okay. So. Dann gehen wir nämlich von rechts jetzt hier einmal komplett durch. Zerstören das. Gehen hier rüber. Ich weiß nicht, was das hier dastehen sollte, aber naja. So, wir lassen den Turm malen. Gehen da hin. So passt das. So, bewachen. Das Ding. Hier. Stell dich mal hier vorne hin. So. Sehr gut. So. Sonnenbaum. Das ist so geil, dass die das einfach bewachen. Ganzhaft. Ihr werdet einfach nur in der Nähe davon bleiben. Schade, dass die nicht auch irgendwie bewachen können oder in der Nähe bleiben oder irgendwie folgen. Dem Ding. Jetzt brauche ich eigentlich nur ihn hierhin herschieben. Die bleiben immer in seiner Nähe und die beschützen ihn. Sau geil. Na, wenn sie auch die Leute heilen hier. Tun sie nicht. Warum? Warum tun sie das nicht? Schade eigentlich. Habe ich mich echt drüber gefolgt, wenn das ginge. So. Hier geht man weiter hier rüber. Kannst du das beschießen? Ich weiß nicht, ob das da rankommt. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, ich denke, das war's dann da. Die Schiffe sehen auch noch richtig gut aus. Wir haben so viel Gold jetzt. Das ist so geil. Ja, das Kanonboot hat sich jetzt schon gelohnt. So, was ist mit dir? Du kannst weiter Häuser bauen. Gut. Nein, korrekt. Wir haben auch alles geforscht. Auch gut. Okay. Kommt er nicht ganz ran. Schade. Wo will er hin? So, bewachen. Den. So. Wobei, hier kommt. Nein, jetzt kommen wieder Leute. Hm. So, wenn wir das jetzt haben. Cool, ich vergleiche mal nach rechts hin. Wir haben so irgendwie Gold versteckt hier oder irgendwas. Sieht gerade nicht so aus. So, ihr folgt mit dem Typen. So, was haben wir. Ein paar verbündete Häuser. Okay. Na, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Aha, nichts. Na, wird das was? Danke. So. Sterb. Können wir das wahrscheinlich auch eine ganze Zeit mehr einfach von denen herstellen. Und einfach gewinnen. Ach, zu Schande. Das sind ganz schon viele jetzt. Wo ist denn? Bloß keine Leute hier sind, was verlieren. So, danke. Noch einmal. Und wir haben das auch schon mal. Okay. Gut. Gut, 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 gut. So, und da wäre auch noch Gold, aber das ist echt sinnlos, weil wir haben ja unser guten Schiffchen. Na, vielleicht sollten sie das nochmal. Erstmal gegen Heim. Ach, er handelt mit ihm, Tatsache. So kommt er die ganze Zeit an Gold und kann mir einer entgegenschicken. Clever, clever. Alter. Wo kommen die jetzt alle her? Hallo, Möncher, stehen bleiben. Heilt. Oh, shit, ey. Vieles einfach sind die Jungs gerade im Gegenkampf. Wow. Ich weiß nicht, eins, zwei, aber wahrscheinlich drei Einheiten verloren oder so. Ist aber okay, hoffe ich. Wenn ihr kein Bullshit macht. Wenn ihr immer wieder solche Gruppen entgegenschickt. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Na ja, einmal zurück, bitte. Das will ich aber wissen, ja. Das kannst du mal schön lassen, damit ein Dorf schießen. So, ihr heilt erstmal. Er hat gute Verluste erlitten. Hier hat nur noch mehr. So. Wir gehen natürlich noch weiter raus. Machen wir hier nicht zum Spaß? Eigentlich schon. So. Das Schiffchen. Boah. Okay. Komm mal mit. Das haben wir. Ach, ich brauche gar nicht gucken, ob wir Forschung haben. Ich gucke immer so gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Toll, er fängt natürlich das letzte Schiffchen her. Oh, der eine lebt gerade so. Glück gehabt. So, spätestens ab jetzt sollte ich die einfach überrennen. Hoffe ich zumindest. So mein Plan. So, er ist ja Gruppe 1. Du? Du kannst das Tor angreifen. Oh, das Tor voll verfehlt Das ist arm Hä, wo schießt der denn? Moment Wow Einfach nur wow, egal Hier, Gleifan Kriffst du jetzt wenigstens? Das hört jetzt irgendwie nicht so aus Ah, jetzt hat er es Wow Alter Okay Gut, dass ich nochmal Verstärkung geholt hab So, erstmal zurückkommen hier So, waren das jetzt alles seine komischen Einheiten hier, die er hatte? Kann ich das Tor auch mal runterfallen? So, was war das? Ah, er hat aber nur noch Einheiten Also, was war das? Jetzt ist alles Also, ich bin aus dem Ich hab diese So, das wird erstmal soweit. Wir werden jetzt Pampainheiten herstellen. Ja, hier kommen noch einen. Ja, wir können nicht mehr verlieren, glaube ich. Ah, schon wieder ein Pferdchen verloren. Schade. Na gut, dann halt so. Ja, solche Mönche sind schon echt nice. Kann man nicht anders sagen. Wer wird wo angegriffen? Ich hab's jetzt nicht auf der Karte. Klar. Ernsthaft? So, ihr seid jetzt Team 7. Aber nur zum Saven. Jawohl. Zusammenbauen und die nächsten Gebäude zerstören. Was ist das hier eigentlich auf dem Boden? Sieht mir merkwürdig aus. Soll das Verwehungen sein, oder? Alles klar. So. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Musst ihr nur vernichten. Das ist vernichtet. Dann hier rüber laufen. Man muss sagen, er produziert immer schön, ne? Sonst schickt er uns wieder alles auf einmal entgegen. Nein, nein, nein. Ah, Mist. Schade, schade. So. Werde langsam aber stetig sterben. Jetzt möchte ich aber eigentlich noch mal kurz was ausprobieren. Papa, wo ist das? Was soll ihr? Geht mal da hin. Hier. Oh, da fahren wir mal ein paar. Ein paar ist gut. Maximum. Ja, das ist blöd, wenn man nur noch vereinzelt ein paar Leute hat. So, ich gehe da mal rein und stürmte die Bude. Oh, shit. Oder auch nicht. Okay. Okay. So, das war der. Oh, Leute, okay. 190 Dispensionen, oder kann ich noch mehr haben? Ich befürchte, nein, aber hey. Probier'n's einfach. Achso, nee, war der Kanon-Ton. Ich vergaß. So, abreißen. Äh, abbauen. Abreißen, das heißt. So, und dann kannst du den Turm da angreifen. Ich frage mich, wie viele die haben. Aber von den Gebäuden noch, um Leute zu produzieren. Ich hoffe nicht mal allzu lange. Oder allzu viele davon. Was für fürchte. Hier haben wir noch ein paar. Schade. Ja, man kann sagen, die hauen rein. Sehr gut. So, ich schaue da hin. Braucht noch ein paar mehr Leute. So, ihr seid Team 8. Sieben geht mal... Ne, warte mal, sieben. Genau, wir gehen da hin. Wir gehen da mit hin. Das passt doch schon ganz gut. Hättet ihr irgendwas gesehen? Forschung, genau hier. So, abbauen. Und gucken wir mal, ob wir noch irgendwo ein paar... Nein, 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 Apo. Stopp. So, ich kann jetzt die Reliquie klauen. Ach, komm. Nein, da hin, genau. So, dann können wir jetzt alles heilen, was da irgendwie ist. Gut, dann haben wir das schon mal soweit fertig. Ich lasse das erstmal so, wie es jetzt ist. Da wird das noch ein bisschen verteidigen wollen, aber... Naja. Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. So, dann werden wir hier und... Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.